Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein junger Mann geht zum Haus einer Freundin, läutet an, der Vater macht auf, der junge Mann sagt, Hallo, mein Name ist Umberto, und ich bin hier, um ihre Tochter zu ficken, sagt der Vater. Und was, sagt der Mann, Umberto? Der Montagswitz. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier.